Nein, nein, nicht mit deiner Kacke bewerfen. Irgendwo musst du doch verwundbar sein. Ja, danke. Oder können wir den Kacke auch nicht doch kaputt machen? Nein, das aussieht leider nicht. Ich drehe mich im Kreis. Und irgendwie komme ich nicht weiter. Ich lebe noch. Ja, bitte. Sag mir, wo ich dich treffen soll. Du Kackvieh. Nein, 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 nein. Komm, jetzt will ich mal eins probieren hier. Genau, schmeiß die Dinger und... War das richtig? Muss ich die Dinger in die Luft jagen? Na, irgendwie nicht. Aber irgendwo musst du doch verwundbar sein. Okay. Ja, wäre das jetzt auch geklärt. Wir müssen ihm seinen Kacke auf den Raumkopf schießen. Wieso auch nicht? Wer hätte was Logisches erwartet? Elefanten werden natürlich sterben, sobald sie keine Kacke mehr auf den Kopf tragen. Ja. Ui, ein Leben dazu bekommen. Leben heißt sowas wie ein Treffer in dem Spiel, wie es scheint. Das ist aber kein Leben in meinen Augen. Ja, Kackkrabben. Wie schön. Und dann... Äh... Was ist das? Bin ich jetzt unverwundbar? Was ist denn? Irgendwie... Seltsam. Seltsam, seltsam, seltsam. Aber ich werde mich nicht beschweren, solange ich irgendwas hab, was mir meine Power erhöht. So. Diese sehen seltsamerweise fast normal aus. Die Hummer. Wir haben bloß eine komische Nase. Puh. Äh... Ja. Durchfall gibt es also doch hier im Spiel. Wäre das jetzt auch geklärt. Fische haben Durchfall. Haha. Krabben, ihr werdet sterben. Nein. Nicht dieses komische Ding. Äh... Ein Luftballon. Äh... Und... Ein... Was auch immer. Auf jeden Fall verstreutes Blumen. Und diese Blumen sind tödlich für Kacke und so weiter. Also... Ja. Nehmt immer Blumen mit aufs Klo. Es kann ja sein, dass euch Kacke mal angreift. Das Ding will ich haben. Das war vorhin auch cool. So. Aber was hat es vorhin eigentlich gemacht? Hä? Ich dachte, es hat irgendwas gemacht. Hm. Dann eben nicht. Das hab ich, glaub ich, vor einem Treffer bewahrt, ne? Ah. Danke. Ah, sterbt hier. Sterbt. Ähm, ja. Ein Pissoir mit zielsuchenden Raketen. Oh, Herr Aufdauer, Pissoir, du. Nein, hab ich gesagt. So spielen wir nicht. Aber ich muss doch sagen, die Gegner im ersten Level waren deutlich schwieriger als die hier. Warum das auch immer so ist. Ne. Uff. Komm. Da ist nie was drin, ey. Niemals. So, wo bist du? Kackkrabben. Yeah. Luftballon, dich hole ich mir. Und... Super. Ein Item, was alle Gegner auf dem Bildschirm zerstört, wenn keine Gegner da sind. Bringt so viel, Leute. Das bringt mega viel. Vor allem Frust. So, und du stirbst jetzt hier. Du machst hier nicht noch mehr Kackhaufen rein. Flaschen? Und was haben die jetzt gebracht? Was ist das? Cool. Ich hab jetzt hier so ne... Naja, gut, für den Boden wirken so leider nicht. Also müssen wir die Kackkrabben so erledigen und sammeln. Ja, das kommt. Danke. Ich glaube, ich gewöhne mich langsam an das Spiel. Ich hätte es wahrscheinlich erstmal ne Runde vorzocken sollen. Kommt. Äh. Ja. Gut, wir haben ja gelernt, ne? Ich kann die Kackhaufen abschießen. Aber... Er grinst. Er grinst doof. Er grinst extrem doof. Äh. Es ist irgendwie... Ah. Guckt euch dieses Grinsen an. Guckt es euch einfach an. Äh, ne. Krank. 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 Ja. Aber... Äh. Was tust du? Du saugst mich jetzt hier nicht ein. Nein, das tust du nicht. Nein. Auch nicht mit deiner Kacke. Ähm. Ja. Gut, das eine war erledigt. Das hatte ich jetzt aber irgendwie... Ich hatte jetzt einen Angriff erwartet von dem Auge. Weil ich nicht dachte, dass das jetzt schon erledigt wäre. So. Du hörst auf hier. Lass den Schwachsinn da oben. Gut. Das waren deine Augen. Wenn man die so nennen will. Was bedeuten euch die 10 Kackhofen da unten? Und wie setze ich die ein? So. Speichern. Weiß nicht. Ich kann sie irgendwie nicht einsetzen. Hä? Hab ich den Kackhofen? Ja. Ich hab den Kackhofen kaputt gemacht. Und ich hab noch mehr irgendwas aufgesammelt. Was auch immer. Das seins. Wie? Ich hab die Schüsse verloren. Warum das denn? Oh. Weil ich einmal getroffen wurde. Echt nicht, oder? Ey. Sei doch kacke. Sei doch echt kacke. Hilfe. Lass das doch mal. Scheiß Fiecher. Ah. Danke. Das kann doch wohl nicht wahr sein hier. Wer soll mit dieser ganzen Kacke klarkommen, ne? Boah. Lass das. Seid ihr? Skorpione mit, äh. Mit Lippenstift. Ja. Lippenstift und einen riesen Stachel. Wer wollte nicht schon immer solche Skorpione sehen? Mann. Lasst mich doch leben. Ich will hier nicht einer... Ja. Danke. Das war total fail. Ich wollte speichern. Hilfe, 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 Hilfe. Ich habe Angst. Und da ist ein goldener Kacke, um den ich nicht mehr kriege, weil ich nicht so weit zurückfliegen kann. Vielen Dank, Spiel. Vielen Dank. So, halt ab hier, ihr Ratten. Der Liv. Ja. Ja. Äh. Laden war... Lieb. Lieb. Scheiße. Ja, war richtig. Kanäle mit einem Kackhaufen auf dem Rücken. Da, 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 da. Das ist das, glaube ich, das sagen wir da ein, wenn es da fällt und wir mal auf die linke Seite kommen würden. Ohne dabei zu sterben, natürlich. Hey, ihr kotzt mich alle an hier. Lass das doch. Ja, dann schießen wir das hier auch noch weg. Ach, Blumen. Yeah, Blumen. Wie schön, Blumen. Die sind natürlich leider schon weg. Komm, ja, Kanäle, den sammeln wir auf. Und das Ding nehmen wir mit. Ha, endlich. Etlich wieder Eintreffer mehr. Nein, ihr lasst mich in Ruhe. Und du auch, ja. Nochmal so ein Pissoir. Komm, ganz ehrlich, warum kommt aus dem Rücken? Das ist der Pissoir kacke. Warum? Welche Begründer gibt es dafür? Es kann keine Begründung dafür geben. Oh, Junge, Junge, Junge. Wir hatten der Lüfte und, äh, ja, komische Flugzeuge. Äh, hm. Ach, die Badelatschen. Die hab ich jetzt schon lange nicht mehr gesehen, oder? So, aber dieses müssen wir noch mal kaputt machen. Oder auch nicht. Dann eben nicht. Feedback wieder warten. So. Äh, Skorpion, nein, euch lasse ich nicht da, wollte ich sagen. Aber du hast mir noch ein Kackhafen ins Gesicht geschmiert. Vielen Dank. Oh, ja. Oh, ja. Wie wunderbar. Ich fühl mich richtig beschissen gerade. Ähm, ja. Was soll ich dazu sagen? Die alten Ägypten würden sich im Grab umdrehen. Bei sowas. So. Kackhafen, warum gehst du nicht kaputt? Ach, nur die hellen Kackhafen. Okay. Welche Logik auch immer dahinter steckt. Komm, grüne Flasche, komm her. Ja. So. Ich habe immer noch dieses ganze Abteil voll da unten. Habe irgendwie, glaube ich, oder? Woll mal, Select ist hier oben. Äh, bringt irgendwie nichts. Hm. Wozu sind diese komischen Kackhafen da? Äh, nein, nein, nein. Ja. Vielen Dank dafür. Riesige Pessoa-Fische. Gut, dass wir das auch geklärt hätten. Ja. Lass das doch sein. So, jetzt kommt ihr von da. Dreht wieder zu mir ab. Aber ihr habt einen ziemlich großen Wendekreis. Wenn ihr also nicht gerade allzu beschissen auftaucht, solltet ihr eigentlich kein Problem darstellen. Na, ja, ne, alles klar. Das war auch gar nicht unfair da unten. So. Komm, Junge, komm. Und ich gehe jetzt hier hoch, weil ich weiß, dass du da unten wieder ein total mieses Spiel treiben wirst. Ja. Oh, 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 oh. Um mal ein anderes Wort zu verwenden. So, nein, nein, nein. Lasst das alle sein. Puh. Ich mag euch echt nicht. Wenn ich einen erledigt habe, ist der andere echt kein Problem mehr. Aber zu zweit seid ihr scheiße. Wo vergrümelt sich der andere hin, wollte ich fragen. Es war natürlich klar, dass er aus dem Nirgendwo auftauchen wird. Mann, ey. Geht Drecksviecher. Boah, einer ist erledigt. So, dich kriege ich auch noch so kaputt. Du bist ja jetzt nicht gerade der hellste Fisch hier im Teich. Erledigt. Äh. Ich dachte, das Level wäre beendet. Oh, er lebt ja noch. So. Kann mir keiner eine Vorwarnung geben, dass es hier weitergeht. Dass hier noch ein Riesen-Gin auftauchen wird. Der mich mit einem Blitzkotzangriff tötet. So. So. Er hat's gar nicht gekotzt. Aber er steckt seine Zunge jedes Mal aus, wenn wir ihn treffen. Boah, Junge. Ja. Am besten aufgeladene Schüsse und weit, weit weg. Dann sollte er vielleicht kein Problem darstellen. Außer er hat noch irgendwelche Leger-Super-Attacken. Aber bisher scheint es nicht so zu sein. Nicht wahr, Genie? Das klingt so weiblich, Genie. Egal. Aber du bist ja auch kein Super-Saya-Gin. Da kannst du ruhig weiblich klingen. Außerdem hast du sowieso ein spules Ding auf dem Hopf. Komm. Äh. Ja. Was machst du jetzt? Ah. Mit Kackhaufen bewerben, die sich in kleine Kackhaufen aufteilen. Und ich muss wahrscheinlich... Ja. War doch so klar. Es gibt ja auch keine bessere Stelle, um dich anzugreifen. Nicht wahr? Boah, Junge. Du bist ein Kack-Gegner. Und das soll wahrscheinlich auch so sein. Äh, nein, nein, hab ich gesagt. Du sollst nicht immer mit deinen Blitzen um dich werfen. Gerade wenn man dich halbwegs treffen könnte, ja? Nein, du Kack-Ding. Lass das sein. Im Prinzip wäre das einfach, wenn er nicht... ...in dem Moment, wenn man ihn gut angreifen könnte, ...einfach allein Angriff wechseln würde. So, und jetzt kommt ein Blitz. Und jetzt kann ich dich treffen. So viel dazu. Aber immerhin haben wir es überlebt. Was auch immer du machen wolltest. So, Blitz. Und jetzt ist deine Mütze dran. Du Gegner, du. Ja, dein Blitz ist auch wieder da. Ich habe es kapiert. Und du bist ein doofer Genie. Solltest mir lieber drei Wünsche erfüllen, als mich mit Kack zu bewerfen. Mein erster Wunsch ist, dass du stirbst. Hätten wir das jetzt geklärt, Genie? Der zweite ist, dass deine Leiche einfach in der Toilette runtergespült wird. Na, der sehe ich immer irgendwie so schlecht, wenn sein Ding aufleuchtet. Ähm, das war jetzt anders gemeint. So, du Kackhaufen-Genie. Ey, nee, nicht weiter unten explodieren. Boah, der habe ich doch gerade mal gestreift. So, ja, wunderbar. Wunder, Kacke. Blitzangriff. Spring umher. Aha. Ja. So. Ja, genau. Der Genie ist erledigt. Oh, Freude über Kacke. Ja. Achso, das war's. Ja, damit wäre dieses Projekt auch, äh, ja, verendet oder beschissen worden. Ja, wer weiß, was da steht. Auf jeden Fall sehen wir hier zwei Engel mit Unterhosen. Äh, einer ist weiblich, einer ist männlich. Sie sehen aber irgendwie beide weiblich aus, durch ihre komische Frisur. Und ein dicker, alter, perverser Mann in der Mitte, der wahrscheinlich Gott sein soll. Also, schätze ich einfach mal, was auch immer er oben in der Hand hat. Ja, die Produzenten von diesem Scheiß, sehe wir hier. Ähm, ja. Was gibt's zu diesem Spiel zu sagen? Es ist ganz lustig, es macht auch Spaß. Aber, ich glaube, zu zweit macht es mehr Spaß. Außerdem ist es ziemlich unfair, dadurch, dass ja Leben als Treffer gezählt werden. Und man sofort, nach dem Verbrauch aller Treffer, da man ja alle Leben verloren hat, ein Continue benutzen muss. Naja. Das hätte man etwas besser regeln können. Aber gut. Wir haben es ja durch. Wenn wir es auch niemals geschafft hätten, nur die Safe State Funktion, die es damals ja auf den Konsolen nicht gab. Äh, aber ehrlich gesagt, ich mochte auch nicht, dass ich jedes Mal wieder von Anfang an anfangen sollte. Es hätte wenigstens noch einen Zwischenschweiger geben müssen, dann hätte ich es vielleicht sogar noch teilweise versucht. Aber am Ende war es mir einfach zu, naja. Ich möchte nicht noch mehr Scheiße in dieses Spiel bringen, indem ich dieses Wort erteuert erwähne. Habe ich sowieso schon oft genug getan. So, ja. Schön, wie er das präsentiert hat. Das hätte jetzt eigentlich auch eine Kloschüsselhersteller sein können. Aber einen Pessoal stelle ich mich nicht, wenn die mich mit Kacke bewerfen wollen. Dann sehe ich ja hinterher schlimmer aus als vorher. Ja, zwei Kinder, die sich freuen, weil sie mit Kacke beworfen wurden oder so. Gut, damit wäre dieses Projekt beendet. Äh, ich hoffe, euch hat es befallen und ihr habt euch nicht die Hosen voll befallen. Habe ich jetzt wirklich befallen gesagt? Äh, egal. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen und ihr habt euch nicht die Hosen voll gemacht. Ciao. Euer Gruffel.